Aresow 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 Everybody Fuckin' Rage ��� Rivera Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen projekt UsВы Und zwar machen wir ein Let's Play Together mit Donald хотahey Er spielt jetzt immer mit میں ich hab das Haunnybal texturepack und es spielen auf appoint 1.710 weil die 1.8 irgendwie bei mir Nect Und baum Hack'n Keine Ahnung Wir gehen jetzt zum ersten mal auf die server Wir waren vorher nie auf dem server drauf Also keine angst Und ja Alles klar Wir fangen an Kommt drauf alter sind wir gleich unter wasser gespauert ist das fein okay gleich erst mal hier passiert sorry passiert auch sammeln die sind bestimmt hier rumgebackt schon passiert mitnehmen dass wir uns gleich ein ding bauen können falls ihr seht ich habe das handyball texture pack ich weiß gar nicht ich bin krank geworden ist ja nicht so ungefähr weil ich hatte hatte er ist krank ich habe sie ich habe hier reicht aber jetzt sind geschweine kühl boah lass uns erstmal holz holen bcf nein nein was wir doch auf ein haus und cool da bleiben wir gleich und dann hier ist noch geiler strand wo bist du denn ja wohin ach da ach da ach da ja dann machen wir mal holz schwert und du kannst dann schon mal holz farben dann kann ich hier schon mal die fläche schlachten wir wollten mit der 18 aber ging leider nicht da hat es ein paar probleme deswegen haben wir jetzt auf den 7 10 geupdate also getaubredet ja genau richtig und das funktioniert auch und wir nehmen die erste folge glaube ich würde ich sagen 20 das war ja dann lass uns 20 mal nun ab dann immer 15 würde ich sagen dann war immer 15 dann ja genau wir machen einfach mal ein holz schwert und ich tüttel an die viecher schon mal und du kannst ja schon mal achst machen ganz holz und erst mal schon steuert ja ok stimmt wäre eigentlich sinnvoll so wie gesagt wir wissen noch nicht wie lange das projekt geht also bis wir irgendwann kein bock mehr aber ich denke mal dass das lange hin dauert bis wir kein bock mehr haben würde ich auch sagen ja also eigentlich habe ich schon vor dass das wirklich ein langes projekt wird was wirklich unser kanal dann quasi betreut werden jede woche eine folge davon hochladen also es wird jede woche eine neue folge geben weil es ja demnächst noch ein externes projekt gibt wozu ich aber noch nicht mehr sagen möchte auf einem kanal er ja auch ich sag ja nur ein externes projekt das dann startet irgendwann wo bist du jetzt hin ach da wo ist die workbench ja ich habe ich habe jetzt acht steigen gebaut ich werfe sie mal zu du kannst gleich steinzeug machen also gleich einfach steinzeug machen wie kannst du erst mal ein steinschwert machen und du kannst ja hier schon mal die nachs waren dann kannst du schon mal hier weiter fahren und ich hol schon mal essen herbei dass wir hier nicht verrecken weil ich habe keinen bock innen nicht zu sterben und es wird gerade dunkel was ich sehe was ein bisschen problematisch wird aber du musst uns ein bisschen weil er gibt mir ein säbel sehr schön ja egal mach erst mal ich würde sagen dass wir erst mal den stein machen weil die mit der holz ja ich hole ich meine ich ja mach erst mal eine steinpick ich hole gleich dann auch stein aber ich erst mal die tüten also etwas zu essen haben sonst werden wir hier sterben wie gesagt und ja wie mache ich jetzt mal kaputt es wird grad dunkel also muss aufpassen auf was stehen und die monstern und auch normal und keiner hat von uns okay kann ich immer zeigen geben ja ich kann ich kann richtig richtig haben wir beide nicht wie gesagt er hat jetzt server gehostet das heißt ich habe da kein zugriff drauf aber ist ja egal wie gesagt server ist auch nur online wenn wir und das ist richtig leute aufkommen können und wollen wir nehmen immer nur zu zweit auf und deswegen ja es heißt auch letztlich genau richtig deswegen eigentlich als hat eigentlich so einer gesagt will mitmachen aber wir wollten das nicht wir wollen lieber alleine machen ja das wäre ja schon aus dem pass das ja nicht wie ihr wisst nehmen wir recht spät auf ich weiß nicht ob ich das schon aufgefallen ist meistens ist in unserem hintergrund immer dunkel oder ist das licht an ich weiß ja nicht also beziehungsweise bei mir sieht man das bei dir ja nicht weil du hast ja keine aber weil ich meine sechs ich laufe jetzt erstmal zurück ich weiß ja nicht wo du wo das jetzt war ich glaube jetzt einfach richtung wasser ich hoffe dass ich das dann wieder finde und sagen ich stelle die pilze hier noch mit ein und hier sind viel ja ich guck mal und ich kriege angst ich habe jetzt erst mal 14 schweinefleisch hier sind noch hühner die hole ich auch mal kann auch weiß sein dass ich irgendwie husten muss dass ich mich nicht vermuten kannst ja ich verspricht weil in der höhle wo wir uns ausgegraben haben gerade ja mach das mal bitte ich komme da gleich dazu aber erst mal muss ich noch ein paar viecher töten weil er ja die koordinaten auch geben wenn es ja erst mal muss ich erster muss ich jetzt hier überleben ich habe es ein bisschen fleisch gesammelt ein bisschen lede habe ich da beziehungsweise ein leder das ist jetzt ein bisschen rohfleisch nehmen um mich ein bisschen hoch zu power jetzt haben wir nur noch sagen wir leider nur noch neuen rohfleisch von 14 aber das ging jetzt nicht anders weil sonst wäre ich eiskalt draufgegangen hier sind auch monster und so ich weiß ja auch nicht wo ich jetzt genau bin du kannst mir ja gleich die koordinaten ja du kannst mir auch sagen wir müssen ja nicht zensieren das ist ja eh nicht doch da sind die koordinaten habe ich weggelassen ja ja die brauchen wir auch nicht äh ja ok irgendwie wird das als mehr anstatt weniger bei der ex koordinate uhr alter 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 wie soll ich das überleben ey ich seh dich ich seh dich scheiße ich bin doch grad ziemlich gearscht hier junge äh alter alter ich hab nur noch vier herzen ich hab nur noch vier herzen sorry ich kann nicht mehr sprinten ist nicht schlimm Achtung zombie hinter dir der kommt ja vom wasser alter was eine zombie apokalypse gleich am anfang junge generell alter voll voll krass eben erst mal drei spinnen junge und dann kam hier als der zombies ja ich bin da bei kordis bin ich auch nicht so doch mal warte mal schnell oh ja ist doch mal schön ja danke ähm erstmal lass erstmal in die höhle gehen du hast doch ja der kann ja der tut ja nichts komm komm wir töten wir erstmal schnell doch der greift dich auch an ja aber komm jetzt einfach oh ja ok ok ich komme ich komme wo bist denn du lang jetzt äh hier hier ich seh dich ich seh dich ich seh dich ich komme schon ich seh dich wir müssen erstmal heim weil wir müssen das Fleisch braten und zwar schnell ja weil ich hab nur noch fünf herzen oder sechs ach du hast uns ne kleine hütte gebaut ja 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 warte doch da kommt mal nix doch einfach schnell ne erde abbauen ach hast du schon kohle gefunden äh ne ich hab holzkohle gemacht ach so ja ok ich äh dann würde ich sagen wir kramen uns hier mal so ein bisschen nach unten mal guck was ich was wir finden warte mal ich kann jetzt warte hier ich gebe dir mal die holz pickaxe die kannst du verfeuern weil äh das ist ja eh egal die verbrennt nämlich auch die verbrennt nämlich auch soviel ich weiß ich weiß das ging nämlich weil die brauchen wir eh nicht mehr ich geh grad mich jetzt mal ein bisschen nach unten guck mal ein Geschenk passt ja perfekt zu Weihnachten ja das hat Mojang extra so gemacht das war letztes Jahr auch schon weiß ich ja bei uns kommt die Folge also bei mir kommt die Folge erst weiter das heißt es ist schon nach Weihnachten die ist eh äh glaub ich eh bis zum 31st also bis zum neuer glaub ich ist die eh ach so glaub ich so war es letztes Jahr glaub ich war es irgendwie so ja keine ahnung ja ich sehe nichts ich muss mal was sehen genau wunderbar dann kann ich hier nämlich ja grab du in eine andere Richtung oder so äh was bringt uns das ja ich grabe jetzt einfach erstmal runter äh ich verfolge dich einfach ne weil ich will bis auf 11 runter gleich dir äh gleich nach dir suchen du hast die Zeit im Blick hoff ich ja wir haben jetzt erst gleich 10 Minuten ich weiß ich habe jetzt nämlich 9 Minuten du hast 8 Fackeln ich habe hier nämlich 9 Minuten stehen was habe ich denn hier eingesammelt gerade ach Fackeln die Fackeln waren das ja ich kenne das Texture-Effekt nicht mehr so gut tut mir leid passiert falls ihr euch wundert dass ich halt so ein bisschen äh stopp warum ach ach ah wunderbar ja Fleisch ist gut so dann gehe ich mal raus warte mal warte mal warte mal bleib mal hier äh ich habe da oben Fleisch hingeschwistert kannst du mal in den Ofen werfen ah wir dürfen verfolgern das habe ich ähm noch gefunden ich habe Eisen gefunden du hast äh bei der Sache wunderbar ja Eisen 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 da 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 oh Creeper in Zukunft werdet ihr halt immer dieses äh Texture Pack oder hast du mir vorhin gemacht ja in Zukunft werdet ihr immer dieses Texture Pack sehen wenn ich äh so so ruhige Sachen spiele wenn ich jetzt so Sachen spiele wie äh PvP werdet ihr als Spec sehen weil das für PvP einfach geeignet ist und ansonsten ist Honeyball einfach ganz schön finde ich ich habe Swartex Fan war okay im Endeffekt ist eigentlich auch geil richtig gut was okay ich habe hier ein bisschen Kohle also ein bisschen viel Kohle sage ich mal Hallo größere Kohleader du Schlampe ey du Schlampe ey warum blockst du nicht äh ne der hat immer geschossen und dann ich habe geblockt und dann hat er erst geschossen Was machst du denn? Warum gehst du denn raus? Bleib doch drinnen. Ich will Wolle. Ja, ist ja egal jetzt. Erstmal. Ach, ist da überhaupt was drin? Nee, ist gar nicht. Ich mach da jetzt mal Kohle rein. 20. Weil da war gar nichts mehr drin im Ofen. Oh no. Und jetzt muss ich warten. Ich hab Kurbis. Hallo, Tobias. Kürbis. Dann können wir da raus Kürbisseats machen, ne? Das weißt du. Kürbissut und dann Kürbiskuchen. Ja, erstmal, was wollte ich denn auch so richtig? Erstmal möchte ich die 6 Eisenerze schmelzen. Das Essen packe ich mal hier in die Truhe mit rein. Wo ist denn das Essen? Wo ist denn das Essen? Wo ist denn mein Essen und wo ist denn das... Was ist denn jetzt was für... Hä, Essen hab ich dir gegeben. Ja, aber ich hab... Achso, ja, nein, nein. Ich hab noch neues... Im Ofen. Ja, ja, hab ich schon raus gemacht. Ich muss nur wissen, was das für welche sind, weil... Ich hab das grad so ein bisschen verwechselt. Yeah! Ich mach jetzt mal die Waffen so ein bisschen... Äh, hier... YOLO! YOLO! Rot... Rot... Rotes Hühnchen! Ich schaue ich doch! Echt erstmal nach unten. Alter, wie viel Zombies hier sind. Was ist denn da... Mama Mama Schlampe Alter Schlampe So, machen wir mal so, genau Machen wir's mal weiter Alter, da müssen wir noch ewig nach unten Aaaaaaah, Zombie Wenn der Zombie ist, ist ein lebender Zombie was ein lebender zobby ganz unten ich bin ja gerade dabei auf elf runter zu graben was aber noch dauert weil ich erst auf 36 bin und meine spitzhacke stirbt gerade ja ist egal muss ich halt improvisieren ja nein ich war ein paar stufen komme ich noch runter aber nicht viel achten schweinefleisch neun rohes rind und vier hühnchen ist doch gut so jetzt weiter komme ich nicht bin jetzt auf 27 glaube ich hängen ich kann jetzt hier nichts mehr machen das heißt ich schätze einfach mal wieder hoch immer ein bisschen holz bitte ich bin weg ja du warst oder ja aber bis ich wieder zurückkommt dauert das ja ist ja klar hol doch einfach schnell ja nein da kann ich jetzt mal ein bisschen holz haben dann können wir uns gleich auch mal ein haus bauen irgendwie aber ja ach da hinten ist ja holz richtig kohle gefunden ich habe auch schon kohle 20 habe ich sonst kohle habe ich fahre jetzt einfach so lange ein bisschen holz dass wir hier ist ok das war dumm das war ein bisschen dumm halt gerade ja sage ich doch hätte ich mal den einstehen gelassen ich habe mir das sonst auch immer angewöhnt angewöhnt dass ich immer einstehen lassen ich habe mir das angewöhnt immer immer einstehen zu lassen extra damit sich das problem ich habe weil 90 prozent der bäume sind das ist halt da so ne so ist halt ein bisschen blöder ok wunderbar mal zauern was wir hier noch kann sein dass wir schon ach so wir wollten ja ich weiß ja bei mir sind ja hier auch ich sehe es ja wegen meiner facecam da in der facecam aufnahme sehe ich auch dass wir ein bisschen über 15 haben halt wer mit 15 35 so was halt ja von mir das ist zwei stück kunden verzögerung aber ist ja egal bei mir ist ja genau wenn ich aufnahme starte dann ist genau ja du bist doch ob du so ein anderes aufnahmeprogramm wie ich ja kein wunder bei mir kann man das halt nicht sehen aber das ist für mich benutze ich benutze das ist das geben tut ja mach mal hin dass du wieder heimkommst es wird dunkel ne äh das ist gerade erst her geworden ich will es jetzt schon wieder dunkel werden ne ja bei mir sieht es so aus als wird es dunkel werden grad nö nö äh die sonne ist jetzt gerade keine ahnung das ist vielleicht am texturefaxor liegt vielleicht gegen den texturefaxor keine ahnung die sonne geht jetzt erstmal auf 12 uhr ja ist ja in ordnung ich hole jetzt noch passiert und dann manchmal ich wollte eigentlich schafe holen keine schafe ja das ist natürlich doof da kommen wir jetzt nicht viel machen wir sind voneinander getrennt das ist richtig scheiße er zwar hier ist so viel kohle aber ich will nicht die ganze kohle aber ich habe schon 80 8 alter wie weit wir hier auch laufen keine ahnung das weiß ich nicht so dass ich gleich für meinen ich habe 22 fleisch schweine und neun rind ja ist gut ich werde jetzt erstmal ich hoffe du weißt du hast denn die cordis weil ich mache das nein ich gehe da jetzt nicht mehr hin ich baue jetzt nämlich ein haus gleich hin erstmal so kleine hat vier hütte oder so halt am wasser dann irgendwo in der nähe weil ich also hier sind voll viele eier junge und voll viele hähnchen ich mache jetzt erstmal ein chicken wings ich erhole jahre erstmal ein paar chicken wings ich habe 14 schicken 22 schwein roh und neun rind roh ok so wie gesagt ich baue uns jetzt hier eine kleine hat vier hütte hin ich kann hier wo ich gerade bin sind so viele laber fallen also aber wenn ich da reinfallen würde hätte ich lust naja dann pass auf dass du nicht reinfällst warum versuchst du in lava zu schwimmen hallo nein ich bin reingefallen was machst du simpel kack jetzt sind die eagles weg alter ja 48 48 schöne kohle ist ja egal eigentlich das essen ist ärgerlicher wir haben sogar schon ein haushuhl wenn uns das nicht noch weg fliegt jetzt damit sein haus wohnen in unserem haus ist okay ich will es mal auf ich habe dich verarscht ich habe gerade sachen gesaved aber weißt du weißt du noch was ist ja ich habe es sei dass du dir eine stelle zugebaut hast wo wir gerade reingegangen sind nein 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 die habe ich offen gelassen ich habe da nichts zugebaut ich baue jetzt hier extra erst mein haus hin damit wir den gleichen unterschlupf haben ich meine das wird jetzt ein bisschen assi aussehen weil es halt ein bisschen naja ich meine es sieht sich gerade so bombig aus aber hauptsache erst mal ja ich baue erst mal hier eine kleine hütte hin auch wenn ich hier die bäume extrem im weg sind aber ich möchte dass diese folge noch schnell schaffen und ich möchte auch ungern zu viel überziehen also ich mache jetzt hier schnell noch das dach drauf und danach würde ich sagen moderieren wir ab langsam ich das doch jetzt drauf habe er mit schon 20 minuten ich weiß deswegen sage ich ja ich weiß noch das dach schnell drauf und dass sie weg ist gleich dann und dann würde ich sagen machen wenn wir die folge ich finde jetzt den eingang immer okay wie sage ich weiß dass das dach fertig hast du da schon kiss im haus nee ich habe auch kein holz für kisten ich habe gerade das dach ich habe gerade mal das holz für das dach so gerade so ist nicht schlimm passiert so ich meine ich sehe nichts ist dunkel so erst mal die tür ich habe hier die tür hingemacht ich mache hier gerade die tür hin du penner warum steckst du mich komm rein hier ich mache jetzt ich kann jetzt noch schnell die workbench bauen hast du dabei okay dann stell dir mal hin ich will nur noch die tür schnell machen und dann haben wir es hör mal auf mit der scheiße bitte erst mal die tür ich mich schäme so genau auf den dach auf den dach gewährst alles klar so kommt zu mir irgendwie irgendwie ich bin unter wasser auf dich ja nicht unter wasser warten komm hier hoch ich bin unter wasser ja ich bin unter wasser guck hier alter wie lecker ja du warum du bist dumm ich hätte kein essen mehr ja ich hätte essen geben können du ja ist ja egal komme ich jetzt hierher wie ich hatte ja ist ja egal kommen jetzt hier okay alles klar ich hoffe diese folge hat euch gefallen wenn sie euch gefallen hätte hinterlassen bitte gute bewertung und schaut auch bei dem zack vorbei ja wie gesagt wenn es euch gefallen hat eine gute bewertung hinterlassen und wünscht euch noch viel Spaß mit meiner endcard und wir sehen uns dann das nächste mal wieder bis zum nächsten mal und haut rein ciao hallo leute und herzlich willkommen auf meiner endcard hier unten links seht ihr jetzt das letzte video was ich gemacht habe oben rechts seht ihr jetzt ein empfohlenes video wenn euch das video gefallen hat dann hinterlasst mir doch einen daumen nach oben und abonnieren natürlich nicht vergessen damit ihr nichts mehr von mir verpasst nun wünsche euch noch eine schöne zeit auf youtube und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin und haut rein ciao